Hallo, mein Name ist Bettina Fackelmann. Ich bin selbstständig tätig als Beraterin für konstruktive Kommunikation. Was mache ich dabei? Ich berate Unternehmen, wie sie sich intern kommunikativ besser organisieren können und darüber hinaus arbeite ich als Professorin für integrierte Marketingkommunikation. Wenn ihr diesen Film seht, dann bin ich schon in Marokko und werde mit dieser Kamera aus Ifran, Marokko berichten. Da ist die Al-Aqawain University, eine sogenannte Elite-Universität. Auch das kann durchaus ein Thema sein, was wir hier diskutieren können und natürlich noch viele andere Themen, die ich hoffentlich aufspülen werde. Und ich freue mich sehr auf den Dialog und die Diskussion mit euch.